Hast du dich auch schon mal gefragt, wie die Profis diesen luftigen, frischen Sound in ihre Vocals bekommen, ohne dass dabei die S-Laute explodieren und du drei DSer in Reihe schalten musst? Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und weil ich neulich in gleich zwei Produktionen über genau diesen Trick gestolpert bin, einmal nämlich in den Spuren des Monats im Recording-Blog-Premium-Bereich und einmal bei einem echten Welt-Hit, möchte ich dir das für deine Vocals, egal ob Rap oder Gesang, auf keinen Fall vorenthalten. Und so viel darf ich dir jetzt schon verraten, es geht absolut kostenlos, und alles, was du dazu brauchst, ist ein bummeliger Equalizer, den jede DRW mit an Bord haben sollte, also auch deine. Und damit ich dich nicht länger auf die Folter spannen muss, schauen wir uns den Trick direkt mal in der Session von besagtem Welthit an und dieser stammt von niemand geringerem als dem amerikanischen Ausnahmekünstler Lil Nas X und trägt den Namen Call Me By Your Name. Da schauen wir jetzt mal direkt auf die Vocals und danach verrate ich dir dann noch, wie ich eigentlich überhaupt an diese Session rangekommen bin. Also dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Wir gucken jetzt mal auf die Session, da ist sie schon geöffnet. Lil Nas X, ein amerikanischer Ausnahmekünstler, wie gesagt, irgendwo zwischen Rap, Gesang, Soul, R'n'B. Du wirst es sicherlich besser wissen als ich, weil es nicht die Musik ist, die ich ständig höre. Aber trotzdem, diese Session ist extrem spannend, um da reinzuschauen und reinzuschnüffeln, wie die Profis die ein oder andere Problematik gelöst haben. Und wir schauen jetzt einfach mal auf den Prechorus und hören mal kurz in die Vocals rein. Ich mache mal hier eine Mische an, damit du es schon sehen kannst. Und wir gucken mal, wie die Vocals hier genau klingen. Also viel Spaß, also Solo natürlich. Man kann es schon erahnen, was der Trick wahrscheinlich ist. Der Trick ist natürlich, ich habe ja gesagt, wir brauchen einen Equalizer. Der Trick sind Höhen. Aber nicht irgendwelche Höhen, sondern Höhen, die vor allem oberhalb der S-Laute stattfinden. Die S-Laute finden im Bereich meistens zwischen 5 und 9 Kilohertz so ungefähr statt. Hier geht es aber um andere Höhen, nämlich die da drüber. Und wie wir die genau anlegen können und vor allem, wie das genau geht, schauen wir uns mal genau an. Wir gucken mal kurz auf den Kanalzug, damit du kurz siehst, wie die Kette ist. Hier ist eine Pitch Correction drin. Ja, das ist heutzutage üblich auf jeden Fall. Ob das dann Autotune ist oder sonst was, irgendwie in Logic ist das eingebaut. Ein Deesser, der natürlich erstmal die S-Laute abfängt, dann kommt der Kanal-Equalizer, den wir gebrauchten. Und hier kannst du es schon erahnen. Hier oben ist mit einem High Shelf extrem angehoben worden. Und zwar, wie du hier sehen kannst, oberhalb von 12,4 Kilohertz mit 10 dB richtig angehoben worden. Also ein Bereich, der mit der Stimme eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und wenn der tüchtig angehoben wird, nämlich oberhalb dieser 10, 12 Kilohertz, dann genau kriegst du diesen Effekt, dass du diesen professionellen luftigen Touch kriegst. Natürlich sollte das auch über ein vernünftiges Mikrofon aufgenommen sein. Aber auf jeden Fall kriegst du diesen Sound hin. Und ich deaktiviere mal das eine Band hier. Dann siehst du, dass hier diese Anhebung jetzt weg ist. Und dann aktiviere ich die mal, damit du den Unterschied hören kannst. Also erst ohne und dann mit. Nochmal. Und vor allem, wenn man es so in Reihe hört, dann stellt man wirklich fest, dass da nochmal oben drauf richtig Luft kommt. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Sehr viele hohe Frequenzen auf jeden Fall. Das Problem ist jetzt nur, dass man es da natürlich, das ist ein schmaler Grad, den man nicht übertreiben muss. Und wir können auch hier sehen, wir haben die Kollegen weitergemacht. Die haben dann hier sogar nochmal mit einem Exciter Obertöne hinzugefügt, oberhalb von 9 Kilohertz. Also noch nicht genug gehabt, nochmal was oben drauf gelegt. Dann aber sicherheitshalber trotzdem nochmal einen Deesser draufgepackt. Ich würde dir für deine Stimme einfach nochmal empfehlen, dass du mit dem Equalizer erstmal ein bisschen rumspielst. oberhalb von 12 Kilohertz einfach mal anhebst mit einem High-Shelf und guckst, wie sich der Sound für dich dann verändert, ob du diese luftigen Höhen reinkriegst. Wenn du es übertreibst, dann auf jeden Fall mit einem Deesser nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und wie du hier siehst, ist auf jeder Stimme, hier sind die Piktogramme vom Equalizer, auf jeder Stimme, die in diesem Mix zu finden ist, ist diese Anhebung drauf. Und damit auch die Kollegen das hier unter Kontrolle halten konnten auf dem Bus, wo alle Vocals zusammenlaufen, haben sie dann doch sicherheitshalber nochmal ein kleines bisschen hier abgesenkt, sind wohl doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt, aber so kriegst du diesen professionellen Touch hin. Ich habe dir ja noch versprochen, dass ich dir sage, wo ich diese Session her habe. Und jetzt kommt die kleine Einschränkung. Diese Session gibt es leider nur für Logic Pro X User, aber für die auf jeden Fall kostenlos. Alles, was du dazu machen musst, ist, dass du hier mal diese Session schließt, also deine Session, die du normalerweise hast, Projekt schließen oder nicht sichern auf jeden Fall. Und wenn du dann ein neues Projekt öffnest, kannst du neu klicken und dann wirst du gefragt, welches Projekt du öffnen möchtest. Und da sind die Demo-Projekte versteckt, wie du hier sehen kannst. Und da gibt es unter anderem von Billie Eilish Ocean Eyes, habe ich schon mal ein langes Video zu gemacht, kann ich dir auch nochmal verlinken am Ende dieses Videos. Aber vor allem hier die Lil Ness X Session, in die du dann reinstöbern kannst und reinschnüffeln kannst an jede Ecke, jeder Synthesizer, jede Stimme. Alles kannst du dir da genau anschauen. Und ja, sehr spannend, falls es noch nicht auf deinem Rechner installiert sein sollte, dann ist ein kleiner Download-File drin, musst du den Download starten und dann wirst du viel Spaß haben mit der Session von Lil Ness X. Schwieriger Name. Also, viel Spaß auf jeden Fall mit der Session, viel Spaß auch mit dem Trick, probier es auf jeden Fall aus. Schreib mir mal, ob es bei dir funktioniert hat oder ob es eher den gegenteiligen Effekt hat, ob du es übertrieben hast oder ob du am Anfang mehr gemacht hast und dann weniger gemacht hast. Schreib es unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann die Tage zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassu!